Ein herzliches Servus, Grüß dich und Hallo, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video bei mir für den Channel MikeRidesMTV und ich habe heute unfassbar viel Bock. Warum ich heute unfassbar viel Bock habe, ist einfach der Grund, weil ich seit zwei Wochen jetzt ein bisschen out of order gewesen bin. Ich konnte nicht wirklich Rad fahren. Das Alter, ihr wisst. Ich bin in Thüringen, ich bin in Oberhof und ja, ich werde mir den ganzen Park jetzt mal angucken, wie der so ist, was der kann, was er nicht kann, ob er cool ist, ob er es mir gefällt. Ich weiß es nicht, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Vielleicht nochmal im Lift ein paar blöde Worte dazu und let's go. Bis gleich. Jetzt sitze ich hier in... Was ist jetzt mit dieser Kamera eigentlich wieder los? Jedes Mal, wenn ich einfach mal nochmal anfangen will, fach das scheiß Ding wieder ab, Alter. Ob du be... Leute, 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 ich sitze jetzt hier im Lift und ich fahre jetzt mal das erste Mal mit euch jetzt hier mal hoch. Lotto Bike Park Thüringen, einfach mal mega on point. Schaut euch das an. Wir haben hier eine wunderschöne Liftanlage. Es sind mehrere Lifte vorhanden. Wir haben einen, wir haben zwei, wir haben drei. Drei und vier zwölfzig Sessel tatsächlich. Wir haben hier ein wunderschönes Airbag. Grüße gehen da nochmal raus an den Benni, den Freeride-Biker-Ben. Junge, du hast dich hier sehr schön aufgearbeitet an diesem Obstacle. Ich wünsche dir nur das Beste, mein Allerjudster. Und dass dein Oberschenkel bald wieder ordentlich verheilt und wir mal wieder ein paar Partylabs machen können. Wheel Talk jetzt mal, Leute. Wenn ich was in einem Bikepark tatsächlich wirklich gar nicht mag, also so absolut gar nicht, also gar nicht, gar nicht, geht gar nicht. Dann sind es langsame Lifte. Und dieser Lift ist einfach langsam. Suboptimal. Aber wir lassen uns jetzt mal hier nicht eines falschen Eindrucks blenden. Wir gucken uns jetzt erstmal die Trails an. Ob diese Trails wirklich so wundervoll sind, wie es auch immer wieder beschrieben wird, werden wir gleich sehen. Okay, Leute. Wir scheffern da jetzt mal rein. Als erstes gucken wir uns mal diesen T-Woot an. T-Woot, Tollwoot, what the heck. Ich weiß es nicht. Wir rollen da jetzt mal rein und schauen mal, ob der was kann. Ich bin begeistert und habe richtig Bock. So, auf dem ersten. Eigentlich ganz geil. Das war jetzt vorhin erstmal direkt blind reingesprungen. Das war mal wieder dumm. Jump. Was ist hier? Wow. Nice. All das ist geil gebaut. Das gefällt mir. Aber was ist hier? Fuck, was ist das? Un-Drop, okay. Oh, nice. Oh, das ist das auch geil. Das ist ein Hip gewesen. Schick. Und man ist wieder unten. Und für alle Mädels, die auch jetzt hier zuschauen, und das Coole ist, euch werden auch die Fahrräder direkt am Lift eingehangen. Also auch bei den Jungs. Da sind immer Leute unten, die euch das Rad direkt abnehmen. Ihr müsst nur noch in den Sessellift einsteigen. Wenn ihr oben seid, zieht ihr das Bike wie hier einfach komplett easy raus. Und selbst das schwächste Mädel, was nicht vielleicht so viel Kraft hat, kommt da easy und locker ohne Probleme zurecht. Das ist echt cool hier im Park. So, meine lieben Freunde, das war jetzt mal der erste Trail, der war ein bisschen flowiger mit ein paar Sprüngen drin. Oberhof kann nicht nur flow, Oberhof kann tatsächlich auch Enduro. Wie gut die Enduro-Trails sind, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Also von diesem Flow-Zeug war ich jetzt schon direkt angetan. Und ja, wir gehen instant direkt mal rein. Let's go. Okay, let's go Party People. Kann man hier mal reinhüpfen? Okay, da geht's. Oh, nice. So. Enduro-Oberhof. Hallo, was geht? Oh, Wurzeln gehen hier in Oberhof. Hallöchen-Pupöchen. Was war das jetzt, Alter? Bin hier jetzt weggerutscht. Ja, so war richtig. Zack, zack, zack. Hier drüber. Uh. Ja, die macht auch Bock. Finde ich cool. Schönes Wurzeln-Geschöpfer. Das ist genau das, was ich liebe. So, warte. Wo muss ich lang? Ich hab keine Ahnung. Es ist wieder mal lustig, wenn du versuchst, halbwegs flott, ungesehen, irgendwas zu fahren. Aber anscheinend geht das ja irgendwie dann doch immer ganz gut. Schwellkreuz, ah, da kommst du hier raus. So, weiter geht's hier. So. Irgendwie die obere Linie. da kommt man hier in diesen Loose-Bereich ein bisschen schöner rein. Das war ein bisschen verkackt. Das war vorhin etwas besser. Ah, da wird nichts zu machen. Ja, meine Damen und Herren, der Bikepark Oberhof im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Aber, ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfahrt hätte von bis zu vier Stunden, würde ich nicht hierher kommen jetzt unbedingt. Das ist dann mehr so was, ja, für Locals und eine kurze Anfahrt, ja, aber so tatsächlich, glaube ich, ist das nicht so krass rentabel, hier dann zu fahren. Schöne Wellen, kann man schön pumpen und dann rollt man von hier wieder auf den Parkplatz und man hat's geschafft. So sieht das aus. Sag mal, wie ist denn das eigentlich so als krasser E-Biker? Hat man, hat man da, hat man da richtig Bock? Ja, man hat richtig Bock. Also, das sieht, das sieht unfassbar gut aus, als du da machst gerade. Und deine Ratschuhs sind halt einfach mal unfall. Was sagen sie dazu? Mir geht's genau so. Oh, hier, Schleichwerbung und Gottes Willen. Meine Damen und Herren, das sind die neuesten Schuhe von Five Four. Wir wollen jetzt keine magenrechtlichen Urheberverletzungen mehr hier mal machen und ich sag jetzt einfach mal, E-Bikers, einfach die Besten. Tatsächlich, ist so. Ja, schickt immer den Marker. Howdy Partner, wof sind die geilen Stutzen, Cowboy? Lonsam Rider? Meine Damen und Herren, als nächstes fahren wir jetzt mal zusammen Family Flow Trail. Wir werden sehen, ob er was taugt. Also bis jetzt, die, die wir zusammen jetzt gefahren sind, die waren schon mal ziemlich wild. Also das heißt wild, die haben Spaß gemacht tatsächlich. Ja, Abfahrtslänge ist wie gesagt ein bisschen kurz hier, aber im Großen und Ganzen ein gut, geil aufgebauter Park. Mir gefällt Oberhof echt gut und bis jetzt macht's richtig viel Spaß und wir schmeißen uns jetzt mal auf den Family Flow Trail drauf. Ja, ich bin gespannt, was der so kann. Ob der gut ist, das werden wir jetzt hier sehen. Ich weiß es nicht, aber ich denke, das wird schon ganz nice werden. Ja, es ist flauig. Ja, hier war ich ein bisschen zu schnell. Ja, es ist herrlich. Ja, wie mein Freund der Julian immer das Haken pflegt. Ja, ja, Alles gut, passt, nichts passiert. Wie ihr seht, kann es mal ganz schnell passieren, dass man sich auch mal auf einem Flow Trail aufs Maul legen kann. Zum Glück ist ihm nichts weiter passiert, deswegen sage ich auch immer wieder Leute, Protection Gear ist sowas von wichtig, denn ohne macht es absolut keinen Sinn, aufs Fahrrad zu steigen. Ich fahre direkt instant weiter, weil mit Dominik ist alles cool. Wir bleiben auf der blauen Line, würde ich jetzt sagen. Ab durch die Röhre, ist ja wie beim MRT hier tatsächlich. Ach, das sind schöne kleine Wellen, die man ein bisschen hüpfen kann hier. Ja, es ist in den Kurven echt teilweise rutschig, muss man aufpassen. Junge, das ist so rutschig, das ist so abartig rutschig. Und hier sind wir schon wieder am Ende von dem Family Flow Trail. Ja, ich stehe jetzt hier mit den krassen E-Biker-Dudes und ich würde mal sagen, wir werden uns jetzt direkt mal einen von diesen drei Herrschaften jetzt mal ganz kurz schnappen und zwar denjenigen, der sich nämlich ganz gerne mal hier aufs Marmel legt. Du hast es mal wieder geschafft, mein Freund. Aber in absolut auslaufendem Ding, absolut sinnlos. Absolut sinnfrei. Also genau, also absolut passend zu meinem Channel, sinnfrei tatsächlich. Gut, dann passt das ja perfekt. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier einen Mann mit unfassbar schönen weißen Strümpfen. Sind das Thrombose-Strümpfe oder so? Sind geil. Hör ich auf das. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Ich setze jetzt euer Helm wieder auf und hier fahren jetzt nochmal in der Enduro-Line runter und dann gibt es noch ein paar Wörtchen zum Abschluss des Tages und wir sehen uns gleich wieder, wie gehabt, auf dem Trail. Meine Damen und Herren, ihr glaubt nicht, wen ich jetzt hier in diesem wundervollen Bikepark getroffen habe. Es ist Jess von Fitlock. Schaut sie euch an. Sie winkt ab und sagt einfach nur, Mike, halt's Maul. und ich habe bis dato immer noch keine Fitlock-Flasche von ihr bekommen. Entschuldigung. Danke sehr dafür. Lass uns jetzt einfach fahren. Du vor, ich vor? Ja, ich bin ja auch. Na, ich. Ach, das denkst du bloß. Ja, die Kurven sind eigentlich auch ganz cool. Was ist das hier? Das ist ja cool. Das ist witzig. Das ist auch witzig. Aber ein bisschen los. Okay. Oh, das ist ein Hip. Das ist ein Hip. Also das ist echt jetzt tatsächlich so, also Leute, wir sagen, die Abfahrten sind halt wirklich kurz, aber, aber, es macht unfassbar viel Spaß und man kann wirklich dafür echt mal hierher fahren, weil es, ja, wie gesagt, von mir aus halt einfach nicht weit weg ist. Hi Jess. Ja, ja, fahr nur hervor. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat jetzt dieses Video heute gefallen von mir aus dem Bikepark hier in Oberhof Thüringen. Ich muss sagen, ich fand es ziemlich geil. Es hat Spaß gemacht. Es sind zwar, wie gesagt, kurze Trails, aber finde ich ziemlich cool. Top gepflegter Park. Kann man sich auf jeden Fall das öfter mal geben, wenn man im Umkreis wohnt zumindest. Wie gesagt, eine längere Anfahrt würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schallert das Glöckchen an. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie gewohnt, jeden Sonntag. Haut rein. Peace. Ich bin raus und ich brauche jetzt erstmal eine Dusche daheim und einen Radler. Tschüss.